Sie haben bestimmt schon einmal zur Bezahlung im Internet oder bei einem Online-Account eine mehrstufige Authentifizierung durchlaufen. Dabei wird neben einem Passwort noch ein Code verlangt, der via SMS, E-Mail oder einer eigenen App zugestellt wird. Diese starke Kundenauthentifizierung soll Online-Transaktionen sicherer machen. EU-weit wurden dafür ein entsprechender Rahmen und Mindeststandard geschaffen. Die Zahlungsdienste-Richtlinie 2, kurz PSD2, ist eine EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und soll den Kreditkartenbetrug eindämmen sowie Online-Zahlungen sicherer machen. Mit der PSD2 wurde die starke Kundenauthentifizierung eingeführt. Damit wird geprüft, ob ein bestimmter Zahlungsauftrag tatsächlich von der berechtigten Person erteilt wurde. Die starke Kundenauthentifizierung ist notwendig, damit erstens alle elektronisch angebotenen Zahlungsdienste sicher abgewickelt werden können und zweitens diese Dienste den ständig ändernden Betrugsmethoden standhalten können. Dabei sollen Technologien eingesetzt werden, die eine sichere Authentifizierung des Nutzers gewährleisten und das Betrugsrisiko weitgehend einschränken. Eine starke Kundenauthentifizierung durch einen Zahlungsdienstleister ist erforderlich, wenn der Kunde entweder online auf sein Zahlungskonto zugreift, also beim Login, oder einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst oder autorisiert. Eine Authentifizierung durch ein Passwort ist oft nicht ausreichend. Kommt das Passwort abhanden, kann jeder Dritte mit Kenntnis davon eine Authentifizierung durchführen. Bisher war es zum Beispiel zulässig und üblich, bei Kreditkartenzahlungen im Internet oder am Telefon die Kundenauthentifizierung lediglich anhand der Kartennummer, des Verfallsdatums und der Prüfzahl vorzunehmen. Auch ist beispielsweise ein Fingerabdruck alleine kaum geeignet, eine sichere Authentifizierung durchzuführen. Einerseits sind Fingerabdrücke nicht eindeutig, andererseits sind sie nur sehr schwer geheim zu halten. Und im schlimmsten Fall kann kein neuer Fingerabdruck vergeben werden. Je mehr Faktoren zur Authentifizierung verwendet werden, desto sicherer und zuverlässiger ist die Authentifizierung. Es ist daher wichtig, dass Zahlungsdienstleister das Risiko sicherheitstechnisch gering halten und mehrere Sicherheitsabfragen durchführen, damit Kundendaten vor Betrug und Missbrauch besser geschützt sind. Die starke Kundenauthentifizierung sieht vor, dass sich der Kunde mit mindestens zwei verschiedenen Faktoren aus den folgenden drei authentifiziert. Faktor Wissen Etwas, das nur der Benutzer weiß, also geheime Codes und Passwörter. Beispiele hierfür sind PIN bei Zahlungskarten, Secure-Code für Online-Kartenzahlungen, Zugangscode für das Online-Banking. Faktor Besitz Etwas, das nur der Benutzer besitzt, zum Beispiel ein Mobiltelefon, auf dem der für die Freigabe einer Internetzahlung notwendige Code mitgeteilt wird, oder Instrumente wie Zahlungskarten oder Code-Generatoren. Faktorinherenz Etwas, das der Benutzer ist, zum Beispiel die Verwendung von biometrischen Daten wie Fingerabdruck, Gesichts-, Iris- oder Stimmerkennung. Diese werden beispielsweise von Mobilbanking-Apps verwendet. Die Bezahlung an stationären Kreditkartenterminals mit Bankomatkarte ist bereits heute gesetzeskonform. Damit Kartenchip und PIN zwei Faktoren abgefragt werden. Kartenschip ist gleich Besitz, PIN-Code ist gleich Wissen. Es bestehen daher zwei getrennte Schutzmechanismen, die betrügerische Zahlungstransaktionen begrenzen. Anders ist es um früher übliche Zahlungen mit Kreditkarte und Unterschrift bestellt, da dies nicht den Anforderungen der Zwei-Faktor-Authentifizierung entspricht. Haftung Als Vorteil für Kunden werdet der Gesetzgeber das durch das nur dem Kunden bekannte Passwort, das nicht auf der Karte vermerkt ist, deutlich weniger Betrug mit Kartendaten im E-Commerce stattfinden. Beim klassischen Verfahren können Unbefugte allein durch Kenntnis der Kreditkartennummer im Internet auf fremde Kosten einkaufen, solange die Karte nicht gesperrt wurde. Vorteil der zusätzlich notwendigen Faktoren für die Authentifizierung für Händler ist, dass diese einen Nachweis für einen autorisierten Einkauf haben. Damit wird deren Haftung für Rückbelastungen durch den Kunden eingeschränkt. Nun haftet die kartenausgebende Bank für Schäden aus missbräuchlich eingesetzten Karten. Diese Haftungsumkehr bewahrt Händler vor Zahlungsausfällen. Auf der anderen Seite erhöht jedes zusätzliche sichere Kennwort, das ein Nutzer sich merken soll, die Versuchung und damit die Gefahr, sich Notizen zu machen. Werden beispielsweise Kennwort und Karte gemeinsam aufbewahrt, haftet der Besitzer wegen grober Fahrlässigkeit, falls die Karte gestohlen wird und es infolgedessen zu unautorisierten Abbuchungen kommt. Bei den beiden großen Anbietern Mastercard und Visa gilt gegenüber dem Kunden die sogenannte Zero-Liability-Policy. Wenn Verbraucher die Zahlung nicht autorisiert haben, müssen sie nicht dafür aufkommen. Ausnahmen gelten nur bei grob fahrlässigem Verhalten. Bedeutung von PSD2 für schweizerische Institute Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU und die vorgenannte PSD2 ist entsprechend in der Schweiz nicht geltendes Recht. Auch hat sich die Schweizerische Bankiervereinigung bereits in ihrem Positionspapier vom September 2017 zum PSD2-Entwurf gegen eine PSD2-äquivalente Regulierung ausgesprochen. Relevant ist die PSD2 für Schweizer Banken allerdings dennoch. Vor allem aus Wettbewerbsgründen. Entsprechend haben Schweizer Banken gute Gründe bei den Rahmenbedingungen des Zahlungsverkehrs mit den Konkurrenten aus dem EU-Raum Schritt zu halten. Die PSD2 setzt technische Standards, deren Einhaltung ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Zudem ist PSD2 regelmäßig bei Interaktionen mit EU-Kunden relevant. Bewerbsgründen